Damit uns niemand sieht, wie wir die neuesten Taco Bell-Kreationen ausspionieren. Feinde ablenken und an ihnen vorbeischleichen. Kann ich die Erfahrung nicht einfach so mitnehmen? Ah, guck mal, jetzt haben wir das... An die Erfahrung kriegen wir auch so. Sehr gut. Das war der Plan. Geld, halt rein, kacke die... Oh Gott, da lesen alle dieses Buch. Da hat es doch gerade geblinkt, oder? Äh, ich wollte eigentlich da rein. Was bringt es jetzt, das zuzumachen? Nein, egal. Bevor wir da reingehen. Was? Ich komme da nicht... Na also, ich wollte schon gerade sagen. Wollte mir schon beschweren gehen. Bei der NSA. Steinhammer. Level 7. Mäh. Naja, gut. Haben oder nicht haben, ne? Muss man sich auch immer wieder stellen. Have it or hate it. Ich will da noch gar nicht rein. Aber so far we've been unable to stop the UFO from leaking the toxic waste. We've contained all we can, but there are no guarantees an outbreak will not occur. Und does the alien liquid appear to have the same effect as last time? I'm afraid so. When the alien waste reacts with organic material on earth, it turns things into Nazi-Zombies. Framerate von 10 Grad übrigens. Ja, Nazi-Zombies. Wir haben Wege und Mittel, sie zum Sprechen zu bringen. Oh Gott, diese Zensur. Hier sind wir wieder. Gott, das ist so tired von Nazi-Zombies. Es ist so überused. Hm. Wenn die falsche Person die Hand auf den grünen Tox-Zombies wird, dann kann es wirklich verbreiten. Wir haben ein großes Problem. Das ist Wahnsinn. Das ist ganz South Park. Oh, fast vielleicht. We can contain the outbreak this time, if we act quickly enough. Oh, das ist so unheimlich. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Wenn ich doch nur einen Mitschnitt von diesem Gespräch hätte. Hallöchen. Was? What the fuck? It's broken free! Ich habe einen Eindruck! Verdammt! Ah! Oh, fuck. Achtung! Wir werden sie mit Kompassion töten! Alter, das ist so lächerlich, wenn die Cutscene mit 10 Frames pro Sekunde läuft. Und der Typ dann erstmal eine Minute redet und das Bild dann noch eine Viertelstunde hinterherhinkt die ganze Zeit. Alter, es tut mir so leid, aber es gibt in dem Spiel ja keine Grafikeinstellungen für die Auflösung. Und das ist ja standardmäßig unveränderlich auf Full HD oder wahrscheinlich auf dem höchsten, je nach Monitor oder keine Ahnung wie. Auf jeden Fall scheint mein Computer bei den Cutscenes dann aus irgendeinem Grund doch Probleme zu haben. Und das ist schwieriger, das wird sich darzustellen, als hier so ein Kampf. Was mir eigentlich ein Rätsel ist, weil in jedem anderen Spiel ist es ja nicht andersrum. Jawohl! Aber es tut mir so leid, aber da kann ich wohl leider nichts machen. Laufen die Cutscenes halt dann mit 10 Frames und dauert ein bisschen lange und... Schönen Tag! Schönen Tag! Und, Alter, die Zensur hier wäre ein Hakenkreuz, das ist ein Hitlergruß und so. Und normalerweise hat er ja auch, ähm, Reden, also Ausschnitte aus Hitlerreden. Aus offiziellen von damals. Aus einer guten alten Zeit, haha. Jawohl! Und jetzt hat er irgendwelche normalen deutschen Sätze überschrieben. Wir müssen sie zum Sprechen bringen. Yeah, sehr... Schönen Tag! Schönen Tag, ein sehr eindeutiger Nazi-Zombie. Na, dann zeigt mal, was er kann. Sind die zufällig schwach gegen irgendwas? Jawohl! Nazi-Zombie, immun gegen angewidert, schwach gegen heiliges. Ah, steht kurz nach dem Tod wieder von den Toten auf. Schönen Tag! 15% zusätzlichen Kurs für Schaden. Na, guck mal, das ist ja doch praktisch. Weißt, er hat mich ja immer gefragt, wenn die so liegen bleiben, was bringt es, wenn man dann nochmal drauf hat, dass sie dann weg sind. Bei den Zombies ist es wahrscheinlich praktischer, weil die sonst wieder aufstehen. Also gut, probieren wir mal unseren Recurve-Bogen aus. Linke Maus hast du, rechte Maus und macht den Griff. Drücke F um zu furzen. Oh, ich bin viel mehr Erfahrung jetzt. Wow. Das, äh, Level 10. Besorge das Aufnahmegerät. Also das, äh, war ja recht einfach, muss ich ja mal sagen. Pentagramm. 50% zusätzlichen Schaden mit Nackarm-Waffen. Oh, nicht schlecht. Leuchtender Schleim. Nehmen wir mit. Lassen wir uns auch nicht vergammeln. Oh, eine SWAT-Weste. Fähigkeit erhöht, wenn ich unter 15% Trefferpunkte bin. 30 Rüstung. Ja. Ich denke, da warten wir nochmal auf das Set. Ja, 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 ja. Lassen wir uns auch einfach mal ein bisschen Zeit, Butters. Wir haben's doch, ne? Wir haben's doch, dicke. Mensch, Junge. Keine Hektik. Machen wir ruhig. Was haben wir hier? Ägyptische Plagen. Ruft eine Mischung aus Pestilenz, Feuerhage, Fröschen und fliegenden Insekten dabei und bringt all deinen Feinden großes Leid. Aha. Kann man eh noch nicht leveln. Aber ich denke, ah ne, den Ismael-Beschneide-Sensor haben wir ja schon komplett gelevelt, weil das wollte ich eigentlich machen, damit wir mehr Rüstung oder so cutten können. Damit also wegmachen können. Ansonsten weiß ich jetzt echt nicht, was es hier noch leveln soll im Moment. Ich kann mir die Aufwertung auch sparen, aber es bringt's nicht. Ne, das bringt's nicht, die zu sparen. Erhöht Schaden aller Dreidel-Angriffe. Ich mein, die beiden, den anderen, die benutze ich eh irgendwie nie. Herumspringen. Alle drauf haben einen positiven Statuseffekt. Das wäre vielleicht ganz praktisch. Im Gegenzug hier. Juden-Chutsu-Chutsu. Ja, betäubender Schlag. Mäh. Brennen. Dreidel-Wandel-Fähigkeiten weg. Ja, komm. Wir müssen das ja eh ausgeben, von dem her. Liebe auf irgendwas Schwaches als auf gar nichts. Vorteile kann ich gar nicht. Das dauert noch. Ähm, 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 ja gut, das war's. Wo ist denn jetzt dieses Aufnahmegerät? Da hinten drin, oder? Was hat der denn noch dabei? Kann ich nicht... Warum nimmt der sich denn nicht mal irgendwie hier die Knarren oder so mit? SWAT-Einsatz-Handschuhe. 10 Rüstung. 15% Schaden beim Blocken. SWAT-Kopfpanzerung. Greifst erneut an, wenn du einen Feind tötest. Alter, das ist aber nicht schlecht. Ich bin mir aber nicht so ganz sicher. Ob wir da... Ob wir das anlegen sollen, oder nicht. Wir haben hier vom Level her was Besseres. 15 Rüstung. Hm. Rüstung haben wir weniger MP, wenn ich draußen bin. Kauf's. Ich hab gar nichts gekauft. Das ist ein schwerer Vorwurf. Ich fühle mich entrüstet und... emotional angegriffen. Nee. Ich glaube, wir bleiben bei der Förster-Rüstung. Oh, fuck. Lass mal lieber schnell weggehen, Badders. Komm. Jetzt ist der Haupteingang. Hätte ich also auch so reingehen können. Und dann hätte ich gegen die kämpfen sollen, oder wie. Oh. Na gut, komm. Holen wir uns das Aufnahmegerät gleich. Oh Mann, das secretische Regierung-Bass-Rüstung ist sicher nicht witzig. Du denkst, dass eine secretische Regierung-Bass-Bass-Bass-Bass hat mehr cooles Sachen drin. Wie zum Beispiel ein Armband. Ja, natürlich auch schön zensiert. Alter, ihr habt alle Handys dabei. Macht doch mal ein paar Fotos. Ah, diese Reichweite von den Fernkampfwaffen manchmal. Und was haben wir hier? Waffilla. Komm, ja, kam ja letztens auch so ein Film raus. Von, nee, nicht Roland Emmerich, glaube ich. Das Remake, also das Remake von, dem Remake von Roland Emmerich, von dem Original oder so. Alter, Godzilla meine ich, Mensch. Gehre zum Elternrad zurück. Ja, komm, Badders, wir verpissen uns mal lieber so schnell wie möglich. Sonst kriegen wir noch Probleme mit dem Militär. Und das wollen wir ja nun wirklich nicht. Erstmal auf den großen roten Knopf da drücken. Taco Bell, CIA natürlich, sehr offensichtlich überklebt. Wunderschön. Warum hat Timmy hier keine... Keine Schnellreiseflagge. Alter, da ist ein Nazi-Zombie. Da sind alles schon... Niemals, das sind alles Nazi-Zombies. Komm doch. Na, verdammt. Den letzten hab ich nicht... Boah, Alter. Nazis haben nicht mit Fernkampfwaffen gekämpft. Sie waren noch aufrichtig. Alter, übertreib doch nicht. Übertreib doch nicht. Beschwörung. Fähigkeiten. Ägyptische Blagen. Ruft eine Mischung aus Päzidin. Bringt all deine Feinden großes Leid. Schwach. Ach, es ist heiliger Schaden. Alter, Beste. Wenn das Licht auf dir ist, drücke W, A, S oder D in beliebiger Reihenfolge, um verschiedene Plagen zu entfesseln. Okay. Probieren wir's mal. Ach, du Leber! Scheiße! Oh, ho. 15er Kombo. Alter, war da mal ganz gut. Was hat das jetzt gebracht? Ich hab jetzt einfach mal so W, A, D, S oder irgendwie drauf rumgetippt. Angriff verringert um drei. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich denke, wenn man da mal eine richtige, gescheite Kombo findet. Schönen Tag. Guten Tag. Es ist echt stark. So, was machen wir mit dir? Professor Chaos, ne? Aber die Frösche haben mir... Haben mir leider nicht so viel Schaden gemacht. G-Man! Und was kredetend sind wir euch denn schönes heute? Den Chaos Hammer! Betäubt. Sehr gut. Aber das ist besser, wenn Butters normal angreift, weil die ja schwach gegen Koscher Schaden sind oder gegen Heiligen sind oder gegen Heiligen Schaden sind. Ähm. Komm mal hier. Die Kurvebogen. Das würde wohl reichen. Das war ja recht stark eigentlich. Sehr gut. Wir kriegen 5 MP, Alter. Das ist einfach übertrieben. Und den müssen wir auch one-hitten können, denke ich. Ah, schade. Nicht ganz. Dafür ist Butters wohl noch ein bisschen zu schwach. Aber bei denen... ...müsste das auch so reichen. Mein Gott! Sehr gut. Das ist das, was du für mich bist. Ich bin meaner Leute. Leg dich nicht mit einem Juden an, elender Nazi. Hast du denn nichts aus der Geschichte gelernt? Läuse? Oh. Oh, die Folge war so geil. Ne? Da war doch gerade noch einer. Hier. Armband. Neh mal mit. Verkauf mal gleich mal. Alter, die sind ja alle abgemetzelt worden. Ich glaube, nun ist das Chaos ausgebrochen, endgültig. Wie weit sind sie schon gekommen? Hoffentlich geht es unseren Eltern gut. Ach. But then I took an arrow to the knee. Ja gut. Die Zombies, die sind ja noch da hinten beim Taco Bell. Da müssen wir uns ja keine Sorgen machen. Da müssen wir uns ja noch nicht beeilen. Können wir Randy kurz Bescheid sagen und dann endlich mal... ...Schild aufhängen? Wir wollten doch eigentlich nur die Goff Kids rekrutieren, Mensch. Warum könnt ihr nicht mal ein bisschen Rücksicht nehmen, die Erwachsenen... ...und uns Kinder spielen lassen? Das finde ich nicht gut. Das prangere ich an. Oh. Guten Tag. Mr. Marsh, ich muss hier einmal kurz sprechen. Draußen vor der Tür. Was ist das? Das ist eine Rekordung. Da gibt es Daten drin. Haben sie nichts gesagt? Welchen Art von Taco Bell wird es sein? Wie? Wann werden sie es fertig werden? Schmierig. Okay. Wir müssen alles komplett verletzen, in einer 3-Block-Radius. Was? Set Charges underground, um die Eriee zu verletzen und alles zu verletzen. Dann machen wir eine große Geschichte über einen Erwachsenen. Ach, das ist alles nicht so viel. Nicht ins Saufbau. Im Übrigen hatten wir jetzt gerade 25 Frames und jetzt 21, also bei der Katze, 25. Da freue ich mich ja. Oder mit dir. Was? I won't screw around. Thank you. Ja. Ich bin auch ein Jude. Oh Gott. Ja, vielen Dank. Ja, ich... Hey Mann, ich habe ein Ding später, wenn du kommen willst. Ja, ja, klar. Vielleicht, äh... Ne, lass mal lieber nicht machen. Der Schmerz in meiner Seele ist unwiderstehlich. Ich muss ein Gedicht darüber schreiben. Hey, ich habe mein Foto ge... Äh, schau mal auf Facebook, das Foto. Was? Ich habe doch... Bring das Bild zu den... Fünf neue Freunde. Ja, freue ich mich. Ja, komm, hau ab. Inventar. Muss ich erst hier die Goff-Sachen wieder anlegen, oder wie? Da. Ich bin so traurig. Die Welt ist ein einziger Spiegel der Verdammnis. Wenn du das Haar wegnimmst, ja. Oh Gott, was, was, was? Ich habe kein Gamepad. Alter, willst du mich verarschen? Die Zigarette. Ah. Da. Ach. Ich dachte, ich muss irgendwie Zigarettentasten drücken. Oh mein Gott, Tasse. Das sind ja die Falltasten. Na, wie war das, hä? Yeah, aha. Äh, nice try, Frodo, aber du tanzt wie eine verdammte Popstar-Wannabe-Konformist. Was? Okay, ich probiere es nochmal. Du kannst nicht tanzen, also stoppe unsere Zeit mit deiner Position. Rechts, links, ich ziehe meine Zigarette, denn dass ich, denn ich ziehe insgeheim an der Hoffnung. Ich rauche die Hoffnung, denn ich habe keine mehr, so wie meine Lunge. Und ich trinke den Kaffee von kleinen Kindern hergestellt. Na, wie war das, hä? Was denkst du? Er ist ziemlich gaufe. Er ist ziemlich gaufe, oder? Ja, das war ziemlich gut. Ich habe diesen Schmerz. Okay, neue Kind, du hast offiziell selbst gewonnen. Ja, just tell us where you need us, and we'll be there. Ich brauche hier und jetzt. Michael, Pete, Thurkel. Äh, I need to throw off Thurkel, please. Rekrutiere die Goth Kids. Oh, es ist so, 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 so great. Ui, Menschen oder Elfen. Make yourself at home. You're safe here. We're gonna go to the graveyard later and dwell on our own mortality, if you want to come. Ja, 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 ich habe Zeit. Für die Menschheit habe ich immer ein paar Stunden übrig. Wann kann ich denn jetzt hier dieses, diesen Reinigungsalkohol platzieren? Oh, sorry. Kann ich denn dahinter vielleicht? Geh mal, warte. Zwisch mal ab. Danke. Kann ich dahinter vielleicht Reinigungsalkohol? Nee. Nee, anscheinend nicht. Okay, gut, dann geh mal wieder mal da weg aus der Musikzone. Ja. 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 Ja.